Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wundert euch nicht, wieso heute drei Videos kommen. Ich werde das Video jetzt als Reaction-Real Talk, oder besser gesagt auch meine Erfahrung, also Real Talk, ja doch kann man sagen, mit rein machen. Deshalb kommen heute drei Videos. Ich denke mal, also ich habe das Video noch nicht gesehen, ich denke mal, es geht darum, wie sich die Community momentan unter den Videos verhalten. Das ist mir übrigens auch schon aufgefallen, dass sich sehr, sehr viele da gegenseitig zerfetzen, aber da möchte ich später nochmal drauf kommen, weil das ist nicht nur bei den Jungs, das ist leider gerade so ein etwas größeres Phänomen auf YouTube. Dazu hat der Konk damals auch mal was gesagt, aber wir gucken erstmal rein. Hey Freunde! Hallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es mal um ein etwas ernsteres Thema gehen und zwar merkt ihr das wahrscheinlich schon in unserer Stimmung. Wir, ja, häufig wird es etwas ernster als uns und zwar gibt es ein Thema, was uns beiden momentan sehr am Herzen liegt. Ja, um mal von vorne anzufangen, wie einige von euch wissen, sind wir ja beide hier sehr aktiv auf Social Media, um auch viel mit euch zusammen in Kontakt zu bleiben und beantworten dort viele Nachrichten und gucken uns Storys von euch an. Wir folgen einigen Fanpages da, nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der sich so die Mühle für eine Fanpage macht. Leider ist uns zu Ohren gekommen, dass es dort ein paar Ausschreitungen zwischen diversen Gruppen gibt, beziehungsweise auch diversen Abonnenten von uns, Mitglieder dieser Community, die anscheinend ein bisschen über die Stränge hinausschlagen. Und zwar ist dort sehr oft das Thema Mobbing der Fall. Wir haben jetzt öfter... Das Problem ist, und das Thema hatte ich ja schon mal, das Problem, was ich jetzt gerade sehe und was sich die nächsten Jahre auch nicht verbessern wird, ich denke mal, es werden immer mehr Möglichkeiten geben, sich im Internet zu verschlüsseln. Also ich zum Beispiel benutze selber eine VPN, zum Beispiel, mich kann man auch nicht auf Skype finden, weil man ist ja unter Windows 10 auf Skype automatisch mit angemeldet, mit dem Klarnamen, habe ich alles umgeändert, also man kann mich auch nicht mehr an Skype unter dem Klarnamen finden, also sprich, man könnte auch nicht mal meine IP herausfinden. Und habe natürlich Facebook und alles drum und dran privatisiert. Das Problem ist, das machen natürlich auch die Menschen, die einfach nur Stress machen wollen, die einfach nur irgendwo hingehen, sei es beim YouTuber, sei es aber bei einer Person des öffentlichen Lebens, anonymisieren sich durch einen Account. Und dadurch schreiben sie, das sehe ich auf Twitter, ist es sehr, sehr krass, dass die Morddrohungen ausschreiben. Also wirklich übelst heftige Kommentare schreiben, was ich selber auch schon mal miterlebt habe. Wo ich mir so denke, krass, das, was du gerade da geschrieben hast, und was man leider nicht nachverfolgen kann, weil die meisten davon VPN und 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 verwendet, was man einfach nie zurückverfolgen kann, das ist unmöglich. Und wenn ich dann so lese, dass solche Leute dann so Morddrohungen drunter schreiben oder Leute, zum Beispiel, was ich, erst vor kurzem, da habe ich einen kleineren Streamer, ich gucke voll gerne kleinere Streamer so an, und es war eine jüngere, also es war eine Streamerin, 16 glaube ich war sie, und war ganz cool, die hat Fortnite, ich bin jetzt nicht so der Fortnite-Freund, aber die konnte übelst gut unterhalten. Und dann ist irgendwann so eine Gruppe reingekommen von zwanzig Mann, und die haben Kommentare abgelassen, wo ich mir so gedacht habe, boah, also die wollten einfach nur trollen, es gibt ja die bekannten großen Trollringe und sowas, und da waren so Kommentare wie, Punkt, 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 ich töte deine Punkt, 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 oder du Punkt, 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 ich Punkt, Punkt, Punkte dich, also ich kann, sorry, ich muss das zensieren, ich kann das hier gar nicht offen sagen. Und das Krasse war bei ihr dann, das hat man bei ihr übelst krass gesehen, das hat die richtig, richtig, richtig selig mitgenommen, also die war so von Minute zu Minute, die hat dann so die Kommentare, hat am Anfang was dazu gesagt, dann irgendwann gar nichts mehr dazu gesagt, und die war wirklich kurz davor zusammenzubrechen, also wirklich so einen Heulkrampf zu bekommen. Und das Problem ist, es geht da meistens so weit, und das ist leider auch schon vorgefallen, dass sich zum Beispiel YouTuber oder, ne, ist ja egal wer, eine Person des öffentlichen Lebens, sich dann umgebracht hat, oder in der Psychiatrie gelandet ist. Das ist leider dann trollen dann in dem Moment sehr oft egal, die feiern das dann noch, wenn solche Leute dann in der Psychiatrie landen, ne, finde ich sehr, sehr traurig. Aber was ich viel, 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 viel schlimmer finde, das sind meistens Leute, und ich durfte damals, wo ich selber mal gestreamt habe, weil ich mich da so ein bisschen reingeschmuggelt habe, in so einen Treuering, und habe mit solchen Leuten dann gesprochen, und bin dann mit denen auch ins Gespräch gekommen, die haben das nicht gecheckt, dass ich das bin, ich habe halt meine Stimme so verzehrt, und Pipapo, das haben die einfach nicht mitbekommen. Und da waren wirklich Leute dabei, die so auch mal von ihr Privatleben erzählt haben, und da war einer zum Beispiel, Name werde ich jetzt auch nicht sagen, oder, ne, bin ich einfach nicht, werde ich auch nie machen, und da war einer so dabei, der hat gesagt, ja, ich habe keine Freunde, trinke jeden Tag Alkohol und sowas. Das sind ja Leute, die selber eigentlich richtig, richtig, richtig kaputt sind, die selber im Leben nichts erreicht haben, und die versuchen sich damit irgendwie so ein bisschen zu brüsten, oder sich selber damit aufzubauen. Klingt total bescheuert, ich weiß, aber das ist wirklich bei solchen Leuten so. Es gibt natürlich auch die Hobby-Troller, und das Krasse ist, diese Hobby-Troller, was die im Real Life da meistens machen, also es gibt dann wirklich Leute, die sind Ingenieure, oder sind wirklich hohe Tiere, die sich dann so denken, ja, abends, ach komm, lass mal irgendjemanden fertig machen im Internet. Naja, also so weit geht das wirklich, die sich dann irgendwie so dann im Discord oder TS treffen, und die sich dann Leute aussuchen, die sich dann mega fertig machen. Es gibt es Leute, zum Beispiel Drachenlord, wo ich mir so denke, ja, der hat es verdient, Punkt aus Ende, da braucht man nicht drüber reden. Ich hatte damals mega Mitleid um den Typen, aber wie ich dann gemerkt habe, wie der mit Frauen umgeht, wie der mit seiner Community umgeht, und wie der allgemein mit Menschen umgeht, und da muss ich so sagen, bei den Typen, der hat einfach sein Hate verdient, aber wenn ich dann so sehe, oder seinen tollen Hate, ne, und wenn ich dann aber so sehe, so irgendwie so Streamerin, die vielleicht 15 sind, die das einfach so, einfach nur so just for fun machen, Hobby mäßig, wie ich meinen Kanal mache, Hobby mäßig. Und wenn ich dann so sehe, dass solche so krass angegriffen werden, dass sie dann irgendwie wirklich dann einen kompletten Anfall bekommen, ne, oder dann auf einmal schreiben, was ich auch schon miterlebt habe, ja, ich streame jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Wochen, nee, mir geht es gerade nicht so gut, und man ganz genau weiß, okay, man weiß, wieso es ihr gerade in dem Moment nicht so gut geht, finde ich heftig, finde ich auch nicht cool, und solche Leute möchte man am liebsten dann mal wirklich privat treffen, und denen so eine derbe Schelle in die Fresse geben, und da hätte ich auch kein Mitleid, wenn solche Leute dann aufgesucht werden von anderen Leuten, und die dann mal gestreichelt werden, oder mit denen mal zusammen Tee getrunken wird, daher habe ich einfach kein Mitleid, also, da hält sich mein Mitleid dann in Grenzen, wenn Leute mal eine Erziehungsschelle bekommen von anderen Leuten, und wenn man die Vorgeschichte kennt, derjenige, der die Erziehungsschelle bekommen hat, dass der Morddrohungen geschickt hat, oder, 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 da hält sich mein Mitleid wirklich in Grenzen. Ich habe öfter schon mitbekommen, dass Leute ausgegrenzt werden, dass Leute beleidigt werden untereinander, dass Leute, ja, richtig fertig gemacht werden, das geht teilweise bis zu Morddrohungen, bis hin zu ganz anderen Sachen, die wir jetzt hier in dem Video nicht weiter ausführen werden, und Jan und ich, wie gesagt, wir sind sehr nah involviert bei diesen ganzen Geschichten, schreiben viel mit euch und suchen immer den Kontakt zu euch, und deswegen möchten wir hier einmal feststellen und klarstellen, dass sowas auf jeden Fall nicht geht, und dass wir beiden auf jeden Fall das auch schärfste verurteilen, wenn wir irgendwie sowas mitkriegen, dass Leute in unserer Community gemobbt werden, wo es gerade auf unserem Kanal halt nicht so sein sollte. Das stimmt, also, wenn wir das selber irgendwo sehen sollten, werden wir dafür sorgen, dass die, also, beziehungsweise das Profil, das derartige Inhalte verbreitet, sei es Mobbing, Diskriminierung oder sogar Morddrohungen. Letzteres ist, also, nicht nur Letzteres ist eine Straftat, die anderen beiden sind auch nicht erlaubt, und wir werden das dann umgehend blockieren. Ja, das ist halt immer das Problem bei solchen Menschen, ne? Die machen sich dann einfach einen neuen Account, ne? Es gibt ja auch Seiten, die machen dann IP-Bannen, aber das kann man ja leider auch heutzutage umgehen. Machen sich einen neuen Account und sind dann wieder drin. Was ich bei mir schon mal mitbekommen habe, dass sich natürlich auch Zuschauer bei mir gestritten haben. Ich habe natürlich auch schon heftige, heftige, heftige Nachrichten bekommen, wo ich mir so gedacht habe, so... Ne, ich bin da so... Also, wenn mir jemand was schreibt, denke ich mir einfach so, und ich habe es ja schon mal im Video gesagt, ähm... Ich habe da mal aber einrecherchiert, so, der mir mal damals ein paar Sachen geschrieben hat, und ich habe dann irgendwann seinen Instagram-Account und sowas herausgefunden, und, ähm... Kam dann heraus, dass es so ein 13-Jähriger ist, der so eine übelst große Fresse hatte, und ich habe dann so geschrieben, hey, wie geht's, da kennst du mich noch, und... Dann war auch Schluss, dann hat er sich entschuldigt und sowas. Ähm... Ich finde sehr, sehr schlimm, ähm... Wenn diese Leute sich das zur Lebensaufgabe machen, und es gibt leider auch welche, die machen sich das einfach zur Lebensaufgabe, ähm... Und wenn es halt dann wirklich in den Bereich, ähm... Morddrohungen geht, ne? Wenn es in den Bereich Morddrohungen geht, oder wirklich, ähm... Vielleicht, was zum Glück noch nie passiert ist, aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dass es dann wirklich zu Straftaten kommt, ähm... Hört auch Spaß auf. Also Trollen, wenn man mal so jemanden trollt, und so schreibt hier, äh... Was weiß ich, ähm... Mir fällt jetzt gerade nichts ein, wenn man mal so sagt, hier, äh... Was wäre eigentlich ein cooler Troll? Keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein cooler Troll ein. Also nicht auf die Schnelle. Ähm... Das ist okay. Also ich wurde im Stream zum Beispiel auch mal getrollt. Das ist zum Beispiel ein lustiger Troll, wenn man, ähm... Donation. Ich habe angefangen mit, mit Stream, und da kam eine Donation von 100 Euro rein. Und... Ich habe mich dann bedankt, aber ich wusste im Kopf so, ja, das ist, das ist natürlich ein Troll. Habe mich dann aber erst mal bedankt, weil ich das noch nie wusste, es hätte ja trotzdem wirklich sein können. Und da haben die geschrieben, verarscht. Und da habe ich wirklich gelacht, oder sowas finde ich lustig. Sowas finde ich vollkommen in Ordnung, wenn man so dann die Leute trollt, kann ich mit Leben, äh... Humor habe ich, ähm... Finde ich vollkommen okay. Aber wenn man halt dann wirklich übers Wald geht, ne, und das haben die bei mir damals auch gemacht, so, bis dann Morddrohungen, oder Morddrohungen an die Familie, oder, oder, oder. Das finde ich dann, das, äh... Ist dann kein Troll mehr, und, und... Geht leider dann, äh, bisschen so weit. Ne, und auch bei mir unter meiner Community, ähm... Klein mal sagen, wenn ihr zum Beispiel einer schreibt, hatte ich ja auch schon mal Erster. Und da drunter schreibt dann einer, verpiss dich, du, Punkt, 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 oder, äh, schreibt, interessiert keinen. Lass die Leute erst mal schreiben, und sowas. Ist doch scheißegal. So, eigentlich bin ich immer Erster bei mir. Aber lass es die Leute schreiben, oder, oder, wenn ihr, irgendwie eine andere Meinung seid, dann lasst es doch. Oder, ihr könnt ja, äh, ganz normal, ganz vernünftig, mit den, äh, Menschen sprechen. Ihr müsst ja nie hier direkt schreiben, bei mir, von wegen, ähm... Ja, du bist ein Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Muss ja nie sein. Wer eine Null-Toleranz-Grenze für, äh, ich hoffe, dass uns das nicht noch ein einziges Mal irgendwie vor die Augen kommen wird, und, ähm, das ist auch vollkommen egal, gegen wen sich das Mobbing richtet. Das, äh, hat einfach nicht da zu sein. Wir haben ja nicht umsonst die Videos über mentale Gesundheit und über Mobbing gemacht, und, dass dann, genau jetzt, äh, das auch noch, ähm, vor allem über Instagram, da hab ich das gesehen, verbreitet wird, das geht einfach gar nicht. Krass, ich finde das auf Twitter schlimmer gerade. Dementsprechend handeln und die Leute bewusst blockieren. Genau, also, wie Jan schon gesagt hat, wir werden in Zukunft dann noch mehr drauf achten, dass wir Leute, die meinen, immer wieder andere fertig machen, so ein bisschen ausschließen aus unserer Community. Wir wollen diese Menschen nicht auf unserem Kanal. Also, falls du einer dieser Leute bist, bitte verpiss dich. Ähm, wir haben hier eine... Was ich aber auch noch sagen muss, ähm, bei mir ist es ja so, ich schreibe, ich bin ja auch, ich liebe meine Community, ne, grüße gerne raus, und ich schreibe ja mit übelst vielen auch, ne, also gerade Leute, die wirklich in einer extrem heftigen Phase sind, und ich sage jetzt auch nie wieso. und da hatte ich zum Beispiel mal einmal eine Person, ähm, bei ihr sage ich das, oder bei ihnen sage ich das jetzt einfach mal, ähm, der ist durch Mobbing im Internet, ist er so krass geschwächt worden, sage ich mal, dass er, ähm, dann angefangen hat zu ritzen und sowas. Er hat sich dann selber verletzt, und es ging dann so weit, dass er wirklich in der Psychiatrie gelandet ist, und viele wissen es, viele Trolle, oder viele Mopper, ne, und andere wissen es nie, was sie damit anrichten, ne, das ist natürlich dann auch wieder die andere Sache, ne. In der Community, ein YouTube-Kanal, der für Toleranz steht, der für Aufklärung steht, und gerade auch Themen anspricht, die vielleicht nur eine Minderheit der Menschen betreffen, wo Leute mitzukämpfen haben, wo vielleicht nicht jeder mitzukämpfen hat, und, ähm, gerade diese Leute möchten wir auch ein bisschen schützen, und auch einfach denen auch ein schönes, geschütztes Umfeld quasi bieten, klar, nicht jeder kann sich verstehen, es ist klar, dass man Leute nicht leiden kann, aber diese dann öffentlich runterzumachen, und diese richtig ins Mobbing, ins Cybermobbing rüber zu gehen, ist, glaube ich, nicht mal ansatzweise der richtige Weg. Ne, das ist krank, das zu machen, und vor allem dann, äh, regelrecht auch noch Hassgruppen zu herstellen, und Schwarz zu verbreiten, mit hasserfüllten Nachrichten, oder Nachrichten, die Drohungen enthalten, das ist, äh, die absolut unterste Schublade. Und, ja. Das Problem ist gerade so, bei, bei, bei Screenshots, wenn man die, ähm, dann verbreitet, ähm, es gab es ja mal bei einem Fall von irgendeinem YouTuber, der gemobbt wurde, es war ein ganz kleiner, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Herr Newsheim, irgendjemand hat mal von ihm berichtet, das ist schon ein paar Jahr schon her, und, da, da war auch so ein, so ein, so ein, mehrere, Mobber, mehrere Troller, und, ähm, die haben dann irgendwelche Screenshots, ähm, gefälscht, die ja, die der kleine YouTuber, äh, gar nicht geschrieben hat, und, äh, haben das dann verbreitet, und die es, die es dann weiter verbreitet haben, haben sich dann noch eine Geschichte zu ausgedacht, und noch eine, und es haben dann immer mehr Leute geglaubt, dass es halt das Schlimme dann ist, irgendwann glauben, dass dann halt irgendwelche Leute, wenn Gerüchte verbreitet werden, dann kommt, irgendwie noch ein Fakt zu dem Gerücht dazu, dann, Fakt ist falsch, ähm, ist ja nicht Fakt, ähm, also dann kommt irgendwie noch was dazu, dann erzählt der andere das, wieder anders, wieder anders, und, und das verbreitet sich dann, äh, so schnell, dass, ähm, aus so einem, kleinen Screenshot, aus so einem kleinen Troll, dann irgendwann, und das so weit geht, dann, äh, ins Privatleben von den, denjenigen geht, und der vielleicht dann sogar die Arbeit und sowas verliert, ne, was ja auch, bestimmt schon vorgefallen ist, ne, wie gesagt, wir kriegen das mit, wir werden darüber benachrichtigt, wir kriegen Screenshots zugesendet, über die ganzen Sachen, das heißt, wir wissen auch, welche Person es betrifft, und, äh, genau, deswegen unser Appell an euch, bitte stellt es ab, wir haben da keinen Bock drauf bei uns, wenn ihr irgendeine Scheiße produzieren wollt, dann macht das woanders, aber nicht in unserer Community, wie gesagt, hier muss ich mal zum ersten Mal Kritik äußern, muss ich wirklich sagen, ähm, fände ich jetzt doof, weil, ähm, es gibt extrem viele, die sagen sich, ach ja, gut, dann machen wir das nicht mehr bei Gewitter im Kopf, sondern wir machen das jetzt bei einer anderen Community, das ist, das ist genau der falsche Schritt, zu sagen, ja, mach das in irgendeiner anderen Community, oder mach das irgendwo anders, ähm, ne, man sollte einfach ganz damit aufhören, Punkt aus Ende, also nie irgendwie, genauso wie bei mir die ganzen Troller und sowas, kann ich jetzt, äh, ich könnte ja zu euch sagen, verpisst euch, aber ganz ehrlich, ich ignoriere euch einfach, oder, ähm, also ich fange jetzt gar nicht erst damit an zu sagen, ja, ihr Troller, geht mal zu einer anderen Community, macht das irgendwo anders, weil, ähm, dann wird der nächste irgendwie geschädigt, da muss ich wirklich sagen, dass es, äh, das, weil es ab dem Punkt ein schlechter Ansatz, einfach erst gar nicht machen, liebe Troller oder liebe Mopper, ne, wir wollen, das ist, dass einfach Leute auf diesen Kanal gehen können, und da so ein bisschen, keine Ahnung, sich ein bisschen identifizieren können, und sich vielleicht auch ein bisschen öffnen können, ohne direkt von irgendeiner Seite irgendeine Scheiße abzukriegen, da haben wir keinen Bock drauf, wir werden dann Zukunft mehr drauf achten, und diese Leute werden dann ausgeschlossen, deswegen stellt das bitte ein, genau, jetzt, und an alle, die, ähm, fertig gemacht werden, nehmt euch das nicht zu Herzen, wir haben da schon viele Videos drüber, gemacht, diese Leute kennen euch nicht persönlich, lasst euch nicht öffentlich im Internet von irgendwelchen Leuten angreifen, versucht der Sache aus dem Weg zu gehen, blockiert diese Menschen einfach, geht da nicht drauf ein, und setzt euch da nicht weiter mit auseinander, denn das bringt euch nichts, und wird auch zu nichts führen, wie einige von euch wissen, sind sehr viele Freundschaften durch diesen Kanal entstanden, was uns beide sehr freut, es haben sich viele Menschen gefunden, die, ja, das ist wirklich extrem schön, genau, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die, ähm, die richtige Freundschaften geschlossen, die gleichen Probleme vielleicht auch teilen, und, äh, es geschafft haben, jetzt, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen, und halt auch richtige, ja, es sind Freundschaften entstanden einfach, und wir wollen natürlich auch weiterhin, dass diese Freundschaften auch erhalten bleiben, und nicht durch irgendwelche Dritte gestört werden, und, äh, dass auch weiterhin so ein schöner, offener Austausch hier stattfinden kann, neue Kontakte geknüpft werden können, und deswegen von uns nochmal ganz die Message, ähm, selbst wenn Leute euch irgendeine Scheiße schreiben, wir sind hier immer noch im Internet, hier ist jeder anonym, hier kann jeder seinen Senf dazugeben, ohne irgendwie erkannt zu werden, an Prange gestellt zu werden, ähm, bleibt so, wie ihr seid, verändert euch nicht für irgendwelche Menschen, schon gar nicht für irgendwelche Leute aus dem Internet, die meinten, sie könnten euch irgendwie beurteilen, oder, äh, ihre Meinung zu euch preisgeben, das kennen wir, glaube ich, am besten mittlerweile, nach der ganzen Zeit. Ja. Das werden immer wieder Leute kommen, die euch kritisieren werden, das Wichtige ist nur, dass ihr euch davon nicht verändern lasst, lasst euch nicht runterziehen, und schon gar nicht fertig machen, denn dafür ist die Zeit zu schade, die ihr habt. Wie gesagt, wir werden diese Leute blockieren, ausschließen uns der Community, so welche Menschen möchten wir nicht haben, und werden da auch in Zukunft mehr darauf achten, deshalb, falls ihr das gemacht habt, stellt es bitte ein, Mobbing ist scheiße. Und, genau, das waren mal Worte, die wir an euch richten wollten, wir hoffen, wir nehmt die zu Herzen, wir sehen uns am Sonntag in einem Unterhaltungsvideo wieder, mit besserer Laune. Genau. Eigentlich schade, dass wir so ein Video machen mussten, aber, wie ihr seht, ist das nicht ohne Grund so gewesen. Und es liegt uns ja auch sehr am Herzen, dass wir das mal ansprechen. Ja, daher das heutige Real Talk Video, und dann hoffen wir, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, mit unterhaltsameren und glücklicheren Inhalten, und vor allem Thema. Ja, also, ich kann nur dazu sagen, an alle da draußen, das hat Jan und Tim schon ganz gut gesagt, nehmt euch das nicht zu Herzen, ihr kennt die Menschen nicht. Versucht das zu ignorieren, auch wenn es manchmal sehr, 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 sehr schwer ist. Versucht die Person zu blockieren, auch wenn das sehr schwer ist, weil die Personen meistens, ja, erst recht damit anfangen, weil die so sehen, okay, da gibt es eine Reaktion, dann mache ich mir jetzt ein zweiter Account, ein dritter Account, ein vierter Account, ein fünfter Account. Versucht auch gar nicht, auf solche Kommentare einzugehen. Also, wenn ihr ein Bild postet, auf YouTube, auf YouTube, ja klar, wer postet auf YouTube kein Bild, das macht man jeden Tag. Wenn ihr natürlich auf Instagram, oder Twitter ein Bild postet, und ihr seht, okay, das sind schlechte, negative Kommentare. Natürlich, werden die ein bisschen hervorgehebt, hervorgehoben, deutsche Sprache, spähere Sprache. Man liest so 5000 positive Kommentare, aber man liest eher dann die negativen, die sieht man halt dann doch ein bisschen mehr, und man nimmt die vielleicht ein bisschen mehr mit. Versucht dann gar nicht erst, auf solche Sachen einzugehen. Denkt euch dann einfach, ja gut, ist halt irgendein Spacko vom Internet, der in seinem Leben sehr traurig sein muss, sehr, sehr traurig sein muss, und, ja, ignoriert ihn einfach. Ich weiß, das ist immer sehr, sehr schwer gesagt, was man halt machen kann. Man kann sich natürlich selber schützen. Ich kann euch empfehlen, gerade wenn ihr Skype unterwegs seid, versucht euren Klarnamen, ändert den Klarnamen, macht die Einstellung auf Privat, also sprich, wenn euch jemand, der euch nicht kennt, dass er euch nicht mehr suchen kann. Auf Instagram genauso, wenn euch das stört, dass nur noch Follower's euch anschreiben können, und auf Facebook sowieso. Facebook würde ich das sowieso machen, wirklich nur den Leuten, die man im engsten Freundeskreis hat, oder sowas, die Bilder sehen lassen, und, ja, es gibt halt ein paar Maßnahmen, wo man sich selber schützen kann, und wenn selbst das nicht mehr hilft, und man wirklich in der Situation ist von, ich sag jetzt mal YouTuber, von Streamer, dann sollte man sich vielleicht in dem Moment überlegen, und das klingt zwar jetzt sehr, sehr hart, aber so ist es, dann sollte man sich vielleicht in dem Moment überlegen, hm, sollte ich den Weg weitergehen, sollte ich, wenn mich das so runterzieht, dass ich vielleicht irgendwann Tabletten nehmen muss, wenn mich das so runterzieht, dass ich irgendwann in den Krankenhaus lande, sollte ich den Weg dann weitergehen. Es klingt sehr, sehr hart, aber dann sollte man wirklich überlegen, ob man das machen sollte. Ich zum Beispiel, meinen Traumberuf war, habe ich ja schon mal gesagt, Polizist, oder, ja, Richtung Krankenpfleger, und, ich bin ganz ehrlich, als Polizist habe ich ja schon mal gesagt, ne, kann ich nie, also, es war dann für mich, wenn ich jetzt so zum Suizid oder so kommen würde, ich würde dann, so ein klingendes Mädchen dann in dem Moment sehen würde, das irgendwie sechs Jahre alt ist, würde ich glaube, mit dem Mädchen mitheulen, deshalb, und kann ich auch kein Krankenpfleger werden, ist einfach so. Das würde ich halt zu sehr an mich rannehmen, an mich rankommen lassen, und deshalb, war es für mich dann einfach, dass ich, dann mache ich lieber dieses Jahr den ITler, mache meine Umschulung, und, ähm, ja, das ist genauso wie bei Streamern und sowas, und bei YouTubern, wenn man, ähm, sieht, oder merkt, okay, es macht mich schon sehr, 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 sehr down, dann sollte man vielleicht überlegen, zu sagen, okay, ich sollte mich vielleicht vom Internetleben verabschieden, und, äh, sollte alles löschen, was, äh, von mir vorhanden ist, und, ähm, einen anderen Weg einschlagen, ne, man kann ja immer noch Mediendesigner, oder, 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 werden, ne, ja, ich kann nur sagen, ähm, Mobbing ist scheiße, ne, hört auf mit dem Scheiß, äh, die Leute, die meistens dahinter stecken, ja gut, äh, sind ja dann Leute, die, 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 die triffst dann vielleicht irgendwann mal im Leben, und denkst, also, was de facto, du hast mich damals gemobbt, also, ne, ist halt so, den, den geht man dann halt, äh, wenn, äh, weil keine Lösung, also, aber den geht man halt in eine Erziehungsstelle, und, äh, man fragt dann die Leute so, äh, was war nochmal vor paar Jahren, ne, äh, also ignoriert solche Leute, stellt euch einfach vor, das sind irgendwelche, äh, keine Ahnung, die selber nichts im Leben erreicht haben, ist, ist sehr oft der Fall so, ne, und, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, war heute auch mal ein bisschen ernster, wie schon gesagt, das bekommen heute drei Videos, weil, ähm, das sehe ich dann doch eher als Real Talk, weil ich vielleicht ein bisschen mehr gesprochen habe, als die Jungs, es tut mir leid, ich weiß gar nicht, wie, wie lang das Video jetzt ist, und, ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ, in der nächsten Aufnahme, bis dahin, haut rein, und tschüss.